Wie geht's dir? Wallah, mir geht's gut. Ich bin gut angekommen. Trotzdem nach 1.500 Kilometern geht's gut. Ich hab gehört, du warst erst mal in Prag. Dann bist du wieder hergefahren, 200 Kilometer. Ich bin da vorbeigefahren. Nach mir sind 17 Leute, viele... 15 oder 17 Leute, denke ich, trauen. Ach, krass. Ja, wegen... Ja, ich war da. Ich war selber da, wo das passiert ist. Ach, krass. Ich bin vorbeigefahren, dann ist das passiert. Ach, krass. Und dann bist du stecken geblieben, im Stau, in Kontrolle? Nein, nicht. Ich bin vorbei und dann ist das, was sich da passiert. Ach, hüftig. Hinter mir. Dann haben wir das auch gehört. Hör auf. Ja. Ich bin gerade von der Schießerei. Okay, ich wusste das gar nicht. In Prag war das? Prag, Prag. Ich war doch gerade, ich hab doch gepostet. Ach, krass. Aber ich dachte einfach nur, du bist hingefahren und wieder zurück. Fertig. Nein, nein, nein. Ich war genau da, wo ich vorbeigefahren bin. Ich hab auch gepostet. Ja. Ihr könnt das gerne. Okay, das ist nur mal so ganz andere Story jetzt. Ich dachte einfach nur, Prag, Verfahren, wieder zurück. Okay, krass. Also gut, dass du da nicht mitverwickelt warst, dass dir nichts passiert ist und so. Wenn Gott nicht will, wenn Gott will, dass wir morgen gehen werden, dann gehen wir nicht. Mein Beinheit an alle anderen Leute, die heute jemanden verloren haben.